Wir sind One-Truth-Bros, ich bin der Pace, ich bin der Tochter Drax. Wir sind am Street Art Festival Frauenfeld. Es ist für uns auch eher, dass wir eingeladen sind und so ein grosses Gebäude haben gestalten, im Zentrum von Frauenfeld, gerade im Bahnhof. Ich klebe eigentlich am liebsten ab. Was uns Spass gemacht hat, ein wildes Mal, ist, dass es aufs Gebäude integriert ist. Und dann dazu auch noch eine Grundierungsfarbe, oder? Welche Farbe grundiert alles zuerst? Es ist lustig, dass die Farbe dann auch mehrfach kontrastisch ist zu dieser Kaserne. Die ist wirklich gerade vis-a-vis. Ich würde sagen, wir haben über 100 Dosen. Wir haben schon über 100 Dosen sicher gebraucht. Ja, und das Lustige ist ja, vis-a-vis ist ja gerade in der Kaserne und dann haben wir uns etwas spontan einfallen lassen. Und es hat einen Panzer gemalt, der so ein Verboffnungsrohr hat, weil es ja vis-a-vis auch Kaserne ist. Für mich ist es eben Farbe blind. Eigentlich wollten wir es braun machen. Pink verbindet man halt schon mit Liebe und Love und Blümchen. Mein Highlight von dem Bild ist eigentlich hinten der Balz, den wir haben gemacht. Dann haben wir etwas installiert mit 3D. Ich finde persönlich fast den geilsten Moment. Es ist fertig. Die Leute kommen zu fotografieren, finden es cool. Du kommst Feedback rüber. Danke vielmals fürs Einladen und bis nächstes Jahr. Peace out. Ich bin mega müde. Ich kann positiv anfangen. Ja komm jetzt, komm. Du musst in ein Auto nach Hause fahren. Ich kann nicht fahren. Sonst muss ich nachher wieder eine Pause machen. Ich habe vor allem nur ein Stunde geschnitten. Weisst du, ich bin Hunger. Ich muss auch mal etwas essen. Du kommst auf dem Joint. Komm jetzt.